Hallo und willkommen zu einer neuen Runde QSG auf der Map Castell und ich wollte mich einfach mal entfüllen, dass jetzt eine längere Zeit keine Videos kamen, weil ich jetzt einfach so scheiße hochgeladen habe, so wie, äh scheiße kann man jetzt nicht sagen, aber ich habe am besten Fall einfach hochgeladen, weil ich einfach gar kein Bock habe, irgendwas aufzunehmen. Aber heute habe ich mich jetzt einfach hingesetzt und habe gesagt, ja, komm eine Runde QSG, können wir einfach mal aufnehmen. Der QSG ist ja eigentlich noch, ist ja eigentlich noch ganz cool und die Kiste da oben hätte ich jetzt gerne. Und ich habe auch ein geiles Textwerk am Startup, das ist ein richtig geiles URC-Effekt, das ist für die ganze Benutzer. Dynamic Dew heißt das von Dante. Ihr könnt einfach mal auf seinen Kanal schauen, oder könnt ihr das downloaden. Ich finde das in letzter Zeit einfach mega und wir haben gerade richtig guten Stuff abgestoppt. Okay, der hackt. Lol. Haben wir auch, nice. Ich hoffe, die Ingame-Sounds sind nicht zu leise oder zu laut. Aber zu leise wird es nicht so tragisch, aber zu laut. Das ist halt extrem nervig. Das riecht sich selber immer auf. Da habe ich schon ein paar Videos jetzt nicht hochgeladen. Okay, das sieht auch ein bisschen anders aus, aber ich denke mal jetzt nicht, dass er hackt. So. So. Die TNT hat mir vor allem gar nichts gezogen. Ach, die Loh. Oh mein Gott. Lol. Was war das, Mann? So, Leute. Ähm, das RP ist meiner Meinung nach echt geil. Ich habe es jedenfalls in der Beschreibung verlinkt. Könnt ihr euch gerne downloaden. So. Ich bin übrigens auch gerade mit einer FW-85. So. Was ist mit dem? Ich weiß nicht, was in dem ist. Ach so, der kennt mich, glaube ich, oder so. Was soll weggehen? So, weggehen. So, ich mache jetzt dann einfach fair one on one gegen den Typen. Weil der irgendwie, weiß nicht. Komm, eigentlich würde ich den gerne noch haben vom Deathmatch. Habe ich natürlich nicht. Habe. So, ich spiele jetzt einfach mit Eisenstadt und so. So. So, ja. Komm, Stonelot. Ich zeig ihm einfach und so, weil ich hab Chat one. Also, wenn ihr mich anschreibt, bringt nichts. Ich mache jetzt einfach einen Screen. So, go. Stonelot. Ja. So, go. So, ich hoffe mal, die Runde gewinne ich jetzt auch noch. Ich werde, ich kann mir zweite Runde dranhängen. Weil ich einfach momentan gar keinen Bock habe. Aber. Ja, was macht der denn? Ich sehe ich nicht. Verstehe ich echt nicht, was der gerade macht. Warum war's denn da? Ist er nicht voll oder wie? Und dann? Ich würde sagen, 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 meine Hits genau gerade gar nicht klar. Na ja, egal Leute, ich würde sagen, ich würde sagen, ich nehme die Runde einfach trotzdem, auch wenn die Nerven jetzt gerade direkt direkt hat, weil ich in der Zeit halt wenig Kursi spiele. Aber ich würde sagen, lass den Positiven da und dann tschau's zum nächsten Mal.